Beton war der Baustoff des vergangenen Jahrhunderts. Und er wird der Baustoff unseres Jahrhunderts sein, entgegen aller Vermutungen und Verkündigungen. Beton, dieses aus Wasser, Gesteinszuschlägen und Zement zusammengesetzte Konstruktionsmaterial, ist wie kein anderes in der Lage, auf der Baustelle in nahezu beliebige Formen gebracht zu werden, über hohe Schalldämm- wie auch Brandschutzqualitäten zu verfügen und bei gleichzeitig hoher Festigkeit enorm preiswert zu sein. Mit welchem Baustoff, wenn nicht Beton, will man Staudämme oder große Brücken bauen, Fundamente, die im Wasser stehen und viele andere anspruchsvolle Bauaufgaben lösen? Natürlich hat Beton auch negative Eigenschaften. Negative Eigenschaften, die im Wesentlichen mit der Produktion von Zement verbunden sind. Die hierbei entstehenden Kohlendioxid-Emissionen sind ein wesentlicher Faktor für die Erderwärmung. Sie müssen deshalb vermieden werden. Beispielsweise dadurch, dass wir das Kohlendioxid noch in der Produktionsphase von Zement abfangen und beispielsweise in tiefliegende Gesteinsschichten speichern. Nachdem wir diese Technologien aber nicht so schnell wie erhofft zur Verfügung haben werden, gilt zukünftig, wie bei allem Bauschaffen, die Forderung nach dem Weniger, nach dem Angemessenen, nach dem Sorgfältigen. Man kann Beton in wesentlich dünneren Wandstärken verbauen, als wir dies hier und heute tun. Man kann weniger bauen. Und wenn wir schon bauen müssen, dann zumindest auch recyclingfähig und unter Einsatz von Rezyklaten. Auf diese Weise und nur so kann es gelingen, Beton auch zukünftig als wichtige Komponente, neben anderen Materialien, in der Palette der Baustoffe zu haben. Anárias Polizisten